Ich bin bei Anietlisbach, bin 55 und komme aus Luzern. Nach der Säcke habe ich mir selber nicht einen Berufsabschluss zutraut und habe darum dann gerade auch gearbeitet. Ich habe aber dann gemerkt, dass ich ohne Berufsabschluss nicht weiterkomme. Von einer Bekannte habe ich erfahren, dass man auch als Erwachsene noch einen Berufsabschluss machen kann. In der Schweiz gibt es rund 250 verschiedene berufliche Grundbildungen. Auch im Erwachsenenalltag können Sie in jedem Beruf ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, EFZ oder ein eidgenössisches Berufsattest, EBA, erlangen. Dieser Berufsabschluss hat mir ermöglicht, in meinem Betrieb aufzusteigen und ich bin heute Teamleiterin.